Ich überrasche meine Verlobte mit einer Pappfigur von Heli Biber. Ich weiß doch, dass du Trüffelspaghetti magst, natürlich. Was, du Trüffelpapp... Nein! Was, nein? Nein! Was soll die hier? Geh mal auf die Seite. Du kannst doch nicht so mit Gästen umgehen. Du kochst jetzt für Heli oder was? Falsch, wir kochen zusammen. Eine Pappfigur, die kann ich kochen. Frage ich mich auch, warum eine Pappfigur mit meinem redet. Anscheinend funktioniert es ja wohl. Ich dachte, du magst kein Possible. Bist doch kein Possible. Soll ich meine Haare wieder blond färben oder was? Falsch, ich frag sie. Soll ich meine Haare blond färben? Hayley, ich passe auf dich auf. Du willst mich verarschen, oder? Da stehen drei Pappfiguren. Das ist was anderes. Wir gucken wenigstens in Vampire Diaries zusammen. Du hast ein bisschen Bezug zu Damon. Warum Hayley? Ich folge auf Instagram. Ulle Model Bilder. Alter, ich geh jetzt mit Damon raus. Ist Damon 1 oder Damon 2? Ich wollte heute noch mit Hayley ins Kino. Viel Spaß. Stop das on me.